Aufgabe, vereinfache diesen Term. Pause machen, probieren, dann die Lösung anschauen. Die 25% ist ja 0,25 oder auch 1 Viertel. Alle Schreibweisen sind gleich erlaubt. Und hier habe ich, also a, b in Klammer zum Quadrat ist ja a, b, a, b, also a Quadrat, b Quadrat. Mit diesem Wissen schreibe ich, also am schönsten wäre hier ein Viertel, meiner Meinung nach mal a mal b, b, nehmen wir b. Okay, so. Und dann mal a Quadrat mal b Quadrat. Kommutativgesetz, ich kann das, 3 mal 4 ist 4 mal 3, ich kann das irgendwie zusammenschmeißen. Also ich vertausche, ne, eleganter wäre es, wenn ich hier, ich vertausche ja eigentlich die beiden, die vertausche ich jetzt mit dem Kommutativgesetz. Und dann habe ich, ist gleich, ein Viertel a mal a Quadrat mal b mal b Quadrat. Und wenn nur ein a dasteht, denke ich mir an auch 1. Und hier gilt das Plusgesetz. b hoch 1, auch das Plusgesetz. Also ist ein Viertel a hoch 3, b hoch 3. So. Und ciao.